Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Call of Duty Ghosts Gameplay und ich muss euch echt sagen, ich muss mich da echt mal dran gewöhnen Ghosts zu sagen, weil ich meine das S hinten ran regt mich auf wie Sau. So, aber ja, auf jeden Fall möchte ich in diesem Video heute einen kleinen, ja, Compilation machen, einen kleinen Tipps und Tricks Video, was zu dem neuen Modus, ja, Search and Rescue zu sagen ist, nämlich den möchte ich euch jetzt vorstellen und dazu ein paar Tipps und Tricks geben, was mir so auf der Zeit eigentlich eingefallen ist oder aufgefallen ist, während ich die ganzen Sachen hier ein bisschen analysiert habe, was kann man hier machen, wo kann man lang drauf und wie läuft der Spielmodus ab und welche Killstreaks gibt es vor allem, weil das ist eigentlich das Einzige, was man einigermaßen sagen kann, vorhersagen kann, im Vorhinein Tipps und Tricks mäßig. Okay, fangen wir mal an, was ist Search and Rescue? Ihr seht hier schon, er schießt den Gegner ab und er wird ja nicht mehr wieder gespawnt, es ist quasi rundenbezogen wie Suchen und Zerstören, das heißt, wir haben zwei Bombenplätze A und B, wo die Bombe platziert werden muss und ja, einmal sind es die Verteidiger, einmal ist man der Verteidigerpunkt und einmal der Angreiferpunkt, wo die Bombe platziert werden muss und ja, die eben dann beschützt werden muss, bis sie hoch geht, eben jetzt wahrscheinlich 30 oder 40 Sekunden lang. Ja, und die nächste Kombination quasi, wo jetzt quasi Abschuss bestätigt und Suchen und Zerstören zusammengefügt wird, ist in dem Fall, ihr habt es gelesen, Denied Kill. Beispiel, quasi der Gegner, euer eigener Teammate wurde von einem Gegner abgeschossen und er hat nicht den Tag aufgesammelt, sondern ihr habt ihn aufgesammelt, somit wird euer Teammate respawn, also wieder gespawnt und ist wieder auf eurer Seite. Quasi hat ein zweites Leben in Suchen und Zerstören. Wenn es aber umgekehrt ist, wenn der Gegner den Tag aufsammeln würde, ist euer Teammate in dem Fall aus der Runde ausgeschieden und quasi die Runde tot. So gesehen kann man in der Runde eigentlich unendlich lang leben, das heißt, wenn du jetzt jemanden da hast, der dann permanent spawnt oder quasi irgendwo campt und euch umbringt und dann nicht den Tag holt, könnt ihr einfach den Teammate Tag aufsammeln und er wird wieder gespawnt und ihr könnt ihn immer mehr penetrieren, um dann letztendlich trotzdem noch zu gewinnen. Das heißt quasi, ihr könnt diese Tags aufsammeln und den Gegner aus dem Spiel rauskatapultieren, dass die Gegner immer weniger werden. Wenn ihr die Tags von den GA von euren eigenen Teammates aufhebt, werden die wieder gespawnt, in der gleichen Runde, nicht in der nächsten, sondern quasi dann ist es einfach so, als würde man Herrschaft spielen quasi oder wie man abschlussbestätigt spielen würde. Quasi, dass wenn du den Tag aufhebst von deinem Teamkameraden, wird der Teamkamerade wieder gespawnt. Alter, ein Hitmark mit der Snipe habe ich auch schon noch nie gesehen, glaube ich. Aber wie schon gesagt, wenn ihr natürlich umfallt und getötet werdet und euer Tag liegt da und ein Teammate von euch hebt den auf, dann werdet ihr auch wieder gespawnt und naja, könnt ganz normal weiterspielen und suchen und zerstören die Runde in einem zweiten Leben mitfühlen. Ihr habt es gerade gesehen, jetzt wurde der eigene Tag aufgesammelt von einem Gegner, somit habt ihr es nicht überlebt, somit sind eure Teammates ohne euch am Start. Das heißt eben, ja, sie müssen ohne euch auskommen, weil ihr nicht wieder respawnt. Wenn der nämlich da rüber läuft, dann seid ihr wieder drinnen. So, soviel dazu. Also eine Kombination aus Abschluss bestätigt und eben suchen, verstecken. Sehr interessanter Modus, bin ganz gespannt darauf. Besonders mit Teamwork wird das sehr interessant. So, jetzt kommen wir mal zu dem Tipps- und Tricks-Part. Also erstens würde ich mal sagen, wenn man das spielt, dann sollte man erstens mal auf die Killstreaks achten. Wenn man nämlich überlegt, wir haben Drohne dabei, wir haben zum Beispiel den Riley und den Hund dabei oder IMS, je nachdem, was ihr bevorzugt oder was euch lieber ist, was auf die Map angepasst ist, Long Range und kurze Range, könnt ihr mal anpassen, was passt besser. Aber in dem Fall könnte ich euch zum Beispiel empfehlen, wenn ihr auf einer längeren Map spielt, ist das ganz normal wie in Suchen und Zerstören, spielt entweder Sniper Rifle okay, dann müsst ihr euch absprechen im Team, wer was mitnimmt. Ich würde aber eher für solche Sachen, je nachdem wie groß oder klein die Map ist, euch ganz normal ein Sturmgewehr, wie zum Beispiel, sagen wir mal in Black Ops Zweifel die AK mitnehmen oder, äh, gibt's ja gar nicht, glaube ich, oder? Oder die FAL ist sehr praktisch für solche Sachen, um die Gegner besser zu kontrollieren und auch Distanz effektiv arbeiten zu können. Ihr seht hier gleich Sniper Kill oder auch nicht, in your face, schaut euch mal raus. Ja, wie schon gesagt, eine Kombination aus dem und Tipps und Tricks mäßig würde ich euch eben Drohne empfehlen. Ihr könnt auch noch den Perk reinhauen, wo man quasi dann die feindliche Drohne auch sieht. Quasi wenn der Feind eine Drohne platziert, könnt ihr durch den Perk auch diese Drohne in Anspruch nehmen. Also somit habt ihr eure eigene Drohne und die Gegner Drohne, wodurch ihr immer mehr gegnerische Aktivität seht. Weil ich meine, in Suchen und Zerstören, beziehungsweise in Search and Rescue, wird solche Sachen immer natürlich gerne lieber eingesetzt zu die kleineren Sachen, die kleineren Perks, wie eben die Drohne, die man eben aufstellen muss. Und in dem Fall, wenn ihr die auf eurem Spawn aufstellt, ist die eigentlich ziemlich sicher, weil ich meine, eine Search and Rescue, die dauert dann doch auch nicht zu lange. Ja, und sonst sekundärmäßig würde ich natürlich auch sagen, okay, nehmt eine Sekundärwaffe wie Pistole mit. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern wir automatische Pistolen dabei haben, aber das werden wir sehen. In dem Fall, schreibt mir noch ein bisschen in die Kommentare, was könnte man noch eventuell reinhauen an Tipps und Tricks, was würde euch jetzt schon einfallen. Schreibt mir das mal in die Kommentare und schreibt mir auch, was haltet ihr von dem Modus. Ich bin ganz gespannt, wie das wird. Und ja, ich bin raus, in dem Sinn, mit einem See you, Ladies and Gentlemen. Bye! Schreibt mir! Schreibt mir! Schreibt mir!